müsste ich hab noch irgendwie Mulden Binden Mulden Binden das war kurz vor arzten ich würde sagen ich brauche so eine scheiß Axt jetzt machen wir hier noch ein paar Speere fertig es ist halt auch immer Zufall was sie dabei haben ich glaube einer hat nichts dabei der andere hat wieder etwas dabei der eine hat nichts dabei und so weiter und so fort dann quafften wir uns noch mal ein paar Speere hier ich sollte dir auch immer in die Slots tun so es ist dunkel aber dich kriege ich noch nur komm her ja voll daneben ja voll daneben ja komm 80 85 8 wieso schlägt er da hin eigentlich so Drecksviech und natürlich haben wir nichts drin ist das ist da irgendwo noch einer nicht ja dann genau wir sammeln jetzt noch ein bisschen holz damit wir ne stein war das so vielleicht kann ich aber mit der Axt besser Steine ernten oder diesen Hammer oder so oder halt nur Metall schlag doch mal drauf ja nur Metall deswegen nehmen wir uns jetzt mal diese Steinachs wieder genau das Metall holen wir uns auch gleich genau das Metall holen wir uns auch gleich aber erstmal will ich meinen Ofen besser machen größer machen zur Maxstufe hau drauf ach ja die Felsen werden auch immer kleiner ist auch ganz cool gemacht okay ich muss den schnell holen sonst ist er weg also so kann man sich auch ganz gut ausrüsten aber es dauert Zeit und Holz aber Holz ist ja hier genug im Wald deswegen kann man sich da mal eine Stunde für Opfer und einfach mal hier diese komischen Dämonen einfach mal hier zu töten dann hat man schnell die mega Ausrüstung aber es ist auch auf Dauer ist das langweilig so gleich bis zu dann oben und bam bitte oh na super ein Handschuh so was brauchen wir nicht das können wir zusammenschieben und zackern wir jetzt mal in so einen Handschuh gleich mit Handschuhen und Handschuhen und Handschuhen ja ja ist hier noch so ein Fisch ja da hin den muss ich noch holen ich glaube ich werde Zombiesüchtig oder Dämonen ist süchtig ja hier bin ich woher gehst du denn wo Affenkind boah scheiße ich glaube die Pfeiler reicht überhaupt nicht aus aber ich habe ja noch diese Axt was was ok was soll ich damit denn scheiße ja ich glaube wir gehen mal zurück haben wir noch Platz für Holz ja haben wir und bauen uns erstmal mal so eine Kiste damit wir den ganzen Müller rein tun können und ich brauche auch wieder Essen und Trinken aber haben wir ja jetzt mal genug das stimmt man kann sich noch so eine Watterstelle bauen dann hat man mal Wasser umsonst dann muss ich ja extra zur See laufen aber ich glaube so Kisten wie teuer waren das Kisten, Kisten da haben wir eine Kiste oh 100 ja können wir bitte ok ja ja dann werden wir nochmal Fällen nightmare Fällen fällen So, ich versuch den mal mit einer Aktion zu holen. Ist das dein Hässling? Ja, du bist so Hässlinger, ey. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich hab noch eine Banage. Hey, geh weg! Lauf! Oh, ich sterb gleich. Ich sterb gleich. Ich bin gleich tot. Ohlala. Dann können wir uns noch ein paar Dinger hier kosten. Oh, komm her. Schnell! Wo waren diese Stachkante unten? Was machst du da natürlich? Ich hab doch Holz gehabt. Ja, mit Sperren geht das dann einfach viel einfacher. Ja. Dieser Viech ist echt... falsch animiert. Und da können wir auch keine Tricks anwenden, wie man einen Schlachtriker anbaut. Okay. Nur mit Sperre. Oh, was jetzt? Mein Gott, warum hat der überhaupt nichts? Aber der hat bestimmt was. Jetzt gehen wir nochmal da hin. Ich kann irgendwie keinen Sperr mehr auswenden. Na doch jetzt. Kannst du sterben? Du hast eh keine Chance. Ach ja. Und Körper. Heil doch von selbst etwas. Nach einer Zeit. Ist auch ganz cool gemacht. Ja. Lass es eine Axt sein. Ah, fast. So, so, so. Pfeile. Holz. Ach, hier diesen scheiß Holznüppel. Kann ich auch mal raushauen. Zack. So, jetzt gucken wir mal. Oh, ja. Oh, ja. Okay, ich denke mal, das ist... Wie viel Damage kann man damit machen? 14. Mal sehen, ob das besser ist. Weil das ist ja auch länger. Da sollte eigentlich es besser gehen. Wo bist du hin? Was haut der noch da drin? Ab. Ey. Ey, der sieht mich nicht. Ich muss mal anschmeißen. Ah, schon viel besser. Ja jetzt. Nein, Chinese. Tier. Ah, tatsächlich. om ich sappia die破ilen事 색f shotgunnen... say... Also, im Wiebel kommen. Was damit Miami amyvfen? Kilo zuk ней auch mal war sie.